Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Better Minecraft mit Robin. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt auf unserer kleinen Insel hier und wollen jetzt mal dort rüber das Schiff entern. Ich würde sagen, wir fahren einfach geradeaus rüber und dann gucken wir mal, ob wir uns da vielleicht irgendwo drauf bauen können, oder? Genau. Ich hoffe, wir kommen rüber und dass die Viecher uns angreifen. Ja. Steig ins Boot. Auf geht's. Sitze drinnen. Oh Gott, ja. Okay, schnell weg hier. Ja. Herr Leger, wirst du schnell an, oh Gott. Oh, meine Fresser. Okay. Die Tränen ja völlig am Rad, ey. Voll abgefiecher. Ja. Okay. 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 Oder hinten ist auch irgendwas. Ja, ich merke das schon. Mal gucken, wie wir mal auf das Boot da drauf kommen. Habe ich jetzt mein Boot mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Mist. Wir lassen am besten stehen. Okay. Ja, sonst kommen die ganzen Viecher, glaube ich, wieder. Ja, gucken, dann, wenn ich holen wir uns ein bisschen Holz, dann können wir ein neues machen. Ja, ein bisschen Holz. Ich habe sogar noch ein bisschen Holz. Ach, na dann. Interessant. So. Okay, ich habe 20 Holz. Alles klar. Nice. Oh. Was ist das denn hier? Oh Gott. Alter. Eine Seeschwelle. Ey, das sind ein bisschen viele Bilder. Nimmst du? Hm. Mhm. Guck mal. Okay. Hm. Ach, ich habe noch keine Armbrüste mit. Mist. Also noch schießen sie ja nicht. Wo ist das in der Ente? Noch nicht. Jetzt aber. Okay. Okay. Das hat sich erledigt, ja. Wow. Hm. Oh Gott. Ja, die schießen sich gegenseitig ab. Wo bist denn du? Du bist da unten. Okay. Wir könnten uns natürlich hier unten reinbauen. Ja, das kann ich gerade machen. Ich sehe eine Kiste. Haha. Hier oben ist eine Kiste. Ja, da wollte ich gerade hin. Ach so. Okay. Ja, wollte ich mich gerade hinbauen. Okay, ich habe mich jetzt schon mal hier reingebaut. Ja, warte. Ich habe keine Baublöcke mehr als noch Erde. Ähm, ein bisschen Erde, ja. Okay, da ist schon mal die Kiste. Komm nicht da irgendwie ran. Okay, hier sind Diamanten drinne und Smaragde und verzauberte Rüstung, nehme ich alles mit. Spinnens. Ja. So. Ah, jetzt noch eine Kiste. Oh, Tücher, die Mandeneisen. Oh ja, nice. Soll ich nur gucken? Hm. Müssen die gar nicht über den Köhn. Müssen nur gucken, wo die Drohnen sind. Die klauen einfach ihre Drohnen, ja. Ja. Oh Gott, Da stehen sie alle. Die greifen wir auch gar nicht an. Ich brauche Baublöcke. Ich bin gleich wieder da. Ich bekomme jetzt ein paar Baublöcke. Wir können auf jeden Fall nicht raus. Okay. Oder ich bin gleich wieder da. Wir können uns jetzt an die ranbauen, damit die uns... Wenn man schießt hier... Hä? Ich habe geschießen mit... Ich habe geschießen mit... Okay, zwei habe ich schon tot. Ja, pass auf, die schießen mit irgendwelchen vertraubten Pfeilen. Da habe ich gerade gemerkt. Die Magie, ja. Ich glaube, es ist Pfeile der Stärke. Vielleicht bohren oder irgendwas. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ah! Da bin ich schon wieder tot. Willst du? Ähm, ja. Ich bin gestorben. Ich bin jetzt hier auf unserer einsamen Insel. Aber du bist doch gerade gestorben. Warum ist denn immer? Ah, durch diese komischen Viecher, ne? Ja. Da komme ich jetzt nämlich irgendwie nicht rüber. Was mache ich denn jetzt? Äh... Ah, Mist. Äh, warte, ich komme kurz mal zurück. Ich habe nämlich kein Holz mehr. Hm. Ich baue kurz ein Pücke am besten rüber. Hm. Okay, das ist nett. Ich warte mal hier. Ich bin hier gestrandet auf der einsamen Insel. Hahaha. Oh Mann. Diese Kackviecher. Die will dann echt alles umbringen in der Welt. Ja, die sind schon krass. Aber ich habe zumindest wie Pillenjoy getötet. Also... Ja, siehst du. Nice. Schon mal zwei weniger. Ich habe doch mal ein paar Blöcke. Das reicht glaube ich sonst nicht. Verschwinde du Vieh. So. Okay. Dann versuche ich mal... Genau. Versuche mal irgendwie hier rüber zu bauen. Ja. Oh Gott. Hilfe. Boah. Ja, das ist nicht möglich. Okay. Ich habe einen Plan. Boah. So, hier. Ich bringe mich nicht. Boah. Boah. Der ist genau bei unserem Bett. Aber du musst nur durchhalten. Ja, gute Frage. Du musst nur durchhalten. Ich baue rüber. Ja. Ich habe nur so... Sorgen. Ja, die Blöcke reichen auf jeden Fall nicht aus. Warte. Ich bin gleich wieder da. Ich muss eine neue Böcke holen. Ja. Ich bin gleich wieder tot, ey. Das gibt es nicht. Boah. Ich bin auch überall. Hier schwimmt meine Leiche im Wasser. Boah. So, warte mal. Ich bin gestrandet auf der einsamen Insel. Bitte rette mich. Ja, diese Kackviecher wollen dich alle töten und essen. Oh, nö. Oh, nö. Sieh mal, wer da ist. Oh, nö. Sieh mal, wer da ist. Frau Piesel war uns. Wer ist denn da? Ich sehe nichts. Inhalte. 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 Das ist ja so ein kranker Kräuter. ich muss ein paar mehr holen weil ich mich jetzt mal höher bauen muss dass die kaffee und sich ein bisschen länger der kackfisch hier ist jetzt in der gruppe hier gefangen dann können wir bedarf irgendwann töten da kommt auf jeden fall raus ich habe die zweimal mit springen und schlagen griff sind die tot aber das ding ist du musst jetzt erstmal warten ja wenn ich wissen tatsächlich überall so überhördische wege bauen wo die nicht hinkommen ich muss auf jeden fall erst mal meine sachen wiederholen ja genau aber da musst du musst du mich ja sowieso begleiten damit die so hier ist gerade ruhe ja gerade ok du kannst nach unten kommen ja das ist hier gerade schlecht warte solltest nicht unterspringen ist nicht runter springen solltest dich runter bauen ja aber da das wetter stand bietet sich ganz gut an ich möchte mich gerne meine sachen wieder haben genau wo ist der weg hier perfekt ich komme auch glaube ich noch mal ein paar neue baublocker ja willst du vielleicht kurz ein bisschen schneiden du hast keine ich kann nichts machen aber du hast ja kein ding zu mal bauen wollen wir noch mal kurz schlafen dann können wir die viecher kommen und dann bitte und dann bitte bauen 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 ja ja ich komme neue blöcke achtung da bringe ich am besten in sicherheit ich kann nichts machen also ich bin auch gleich tot und ein halbes herz oh gott nur noch können diese kackviecher machen dreieinhalb herzen hat er noch nicht ich wenn man trifft die halt so gut wie gar nicht so ich habe mal tot gemacht alles danke also so jetzt ist ja nicht richtig nervig jetzt aber jetzt aber bitte jetzt aber bitte dein Tod wird noch angezeigt ja ja der wird nur angezeigt ich bin auf dem schiff gestorben ich habe eh nur noch ich habe eh nur noch ein herz also von daher wo brauchst du essen? hier warte mal hier kommt brot von oben geregnet alles gut es reicht so viel brauche ich nicht ok so jetzt reicht auf jeden fall jetzt so wow ja so sehr gut so jetzt muss ich nur irgendwie an meine Sachen kommen ja das wäre ganz praktisch mhm dann müssen wir die hier ist noch die zwei Pillenger die oben auf dem Deck stehen vielleicht platt machen ah genau die haben mich ja getötet da liegt ja meine da liegt ja meine Leiche rum also zwei habe ich zwei habe ich erledigt und zwei stehen da ja noch mal sehen vielleicht kann ich da auch schnell hinrennen und ok die stehen nicht mehr lange ok ok hier oben oder was ja hier nach links hoch und dann so ich habe meine Sachen so die sind blatt sehr gut ah oh redstone ist ja drinnen ok ja ich nehme ruhig alles mit alles mitnehmen so jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal meine ganzen Sachen wieder sehr schön aufessen ja würde ich sagen aufhören den Kampf mhm oh oh du hast mich runtergeschossen haben ich hätte es wahrscheinlich nicht überlebt ich habe schon vier getötet was hast du getötet ja sind wir alle tot Eno ist noch da Eno lebt noch oh ich muss zwei leben noch ich muss mich erst mal heilen Eno lebt noch so uh so alle weg sehr schön ja nice jetzt noch redstone Feuerzeug oh oh Gott hier unten ist noch eh noch ach du scheiße oh ne oh Gott oh ja oh Gott boah ey das sind die harten mit schwertern ja mit äxt mit äxte oder ja der der mich glaube ich gerade verfolgt hat da glaube ich ein Schwert aber ich glaube ein Eisenschwert also ein Stein wenn ich sagen aber deswegen waren die so einfach da oben weil die noch eine Armee unten haben ja okay also nochmal meine Sachen holen meine Güter ja oh der merks ich sag ich doch ja das ist also aus dem Schwert tatsächlich aber die gehen nicht vom Schiff runter okay und dann musst du nur mal gucken dass sie die ob die sich vielleicht wieder zurückziehen damit ich meine Sachen holen kann ja also die anderen sind wieder zurückgegangen okay na warte mal der der mich ein Richtfeld hatte ja der geht halt nicht vom Schiff runter okay ich bin nämlich da das wollte ich nämlich meinen im Leben ist kaputt gut dass ich ihn neu mitgenommen habe oh ich hab einen Schuss sicherer Helm aber den brauche ich jetzt gar nicht ich nehme lieber ne oh verschwinde lass mich in Ruhe oh das gibt's doch nicht ey leck mich am Popo ah du bist wieder auf dem Dings ne auf dem Schiff okay warte mal hm ich bin schon wieder tot ja okay die sind auch verzaubert warum hab ich so ein warum hab ich da nur oder was bist du auch gestorben wie man die killen kann ne ne ich hab einen Trick wie man die killen kann hm aber warum sah ich jetzt so komisch aus da ich hatte doch jetzt gar nicht mehr die sind am Schiff runter okay ich hab hier meine Regeln gebrochen so 2 ist Marke warte bleib am besten mal da ich kill die mal ich will ja nur meine Sachen wieder haben hm ja bleib am besten auf dem Schiff runter ich versuch die mal zu killen so wo ist denn jetzt hier noch einer ich hab nämlich nen Trick wie man die killen kann wie denn kommen nur gestöhne von denen aber keiner ist da so aber wo kam die her die kam aus unten aus dem Lagerraum ja 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 da unten genau ah Spawner ok oh den mal ab gell oh den ab genau oh geil dios nice feuerresistenz nice ich bin mal mit hier die teule mhm stadtwerter ok ok ich denke mal hier oben haben wir eigentlich alles geplündert die kohle nehme ich auf jeden fall noch mit feuersteuer schul der noch 10 prozent schwarzpulver können wir eigentlich auch gebrauchen ja genau ja genau ich hab einfach alles mitgenommen was sie hier hatten ja so schon geblündert ja mhm noch irgendwas zu holen ich glaube nicht oder ich weiß nicht ob oben noch ne kiste steht auf dem ausguck die haben ja nen ausguck da mhm ich weiß auch nicht ich hab jetzt nix gesehen auf jeden fall gibt es ja ziemlich viel ziemlich viel Wolle warum ich einfach jetzt mal hier hoch so ja genau ich guck unten gerade was nö hier oben ist nix überhaupt nicht ok ein paar dinger hier mit ein paar schwarzer 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 werfe hier mit mhm wolle brauchen wir eigentlich nicht oder ich nehme nochmal drei wolle mit so smaragde smaragde und diamanten habe ich das ist schon mal sehr gut ich habe schon 10 diamanten insgesamt oh auch fünf da läuft doch ok dann ist das schiff hier ab hier abgearbeitet würde ich sagen ja oh aber warte mal wo bist denn du aha ja mal den weg entlang welchen weg ab bisschen habe ich mir noch gedacht runter immer von schiff runter auf die eisfläche haben wir noch mal einen hintereingang ja ne guck mal ich will die 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 mitnehmen ach so ok und was dabei gefunden habe ja also nicht ganz ja dann komme ich denn da nicht vor ich einfach mal nur so an der wand muss einfach nur in der band so langlaufen ich es nicht nur so du brauchst einfach nur ganz nach links zu drücken und zu laufen nach vorne ok mal hier schatztruhe auch lager der kamer ja hier gar nicht gesehen ok leider nicht mal viel mitnehmen in partie so gut wie voll ich nehme die dispenser noch mit hier draußen schau mal wo es noch was gibt es ok tauchen fische sind hier drinnen ey und haufen fleisch nehme ich auch noch mit hä was ist das denn hier fischermens west nehmen wir lieber das fleisch mit ist das die weizenkörner lass ich mal hier schwarzfisch rohr kabeljau nen wels hab ich hier ui ich würde alles mitnehmen oder ne ich habe auch nicht mehr so viel platz also ich habe gar keinen platz mehr oh ich würde mal sagen wir teleporten uns wieder nach hause oder und dann wieder hier hin wenn wir mal hin wollen kann man machen genau man weg ja was kriegst du jetzt noch mit ja wo ich nun noch die westlichen äh dispenser mit schwarzrebesitzungsschaden aus den meisten kräftig feinden schaden so wenn sie dich angreifen eisenharnisch das ist natürlich cool den setze ich doch glatt mal auf ja so kann ich nicht aufsetzen kann ich nicht aufsetzen kann ich nicht aufsetzen heisenharnisch ist das alles klar so was macht denn der an ist der hat drei und der hat aber sechs okay das ist dann ist der dort besser okay ja hallo du bist du schon da hin ich habe gerade aufgebaut okay na dann würde ich sagen gehen wir zum dorf oder ja ich will mal rüber ich will sie sichert dass du darüber schwimmen kannst wegen den ja komm mal hier an der seite wo es schiff ist jetzt kann es von der füchern kann einfach ganz gespannt rüber schwimmen okay so die sind nur da vorne zum glück aber da kommt karten wie ertrunken unter die ja höre ihn ja das war ruhig ins dorf laufen dann kümmern sich schon um die herum komme ich nur nicht nach oben ja ich sterbe achten achten die fücher kommen ja hier genau ich war am eis und jetzt gibt es äh samt ich habe ein wasser immer sehr schön so na dann probieren wir das mit dem teleportieren mal aus ne ja genau würde ich auch mal sagen und hier sehr gemütlich dran so na dann ich mache mal den versuch und gehe zum dorf zu hause ja ach ich habe kein level ich kann nicht ha 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 oh nein ich bin zu hause ich nicht hu 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 ähm ich habe nicht mal ein level hm wie kriege ich jetzt ein paar level ja aber da gab es kohle auf der insel drüben auf der insel gab es kohle ok ja ok kupfer bringt ja nichts hier kupfer abbauen so ok ich habe kohle ressort gefunden hier ich habe gleich mein level voll ok ich habe ein level ok nice aber du brauchst dann noch ein level ok ich habe zwei level hier perfekt ok na dann komme ich jetzt auch mal bin eh voll so wo ist das ding da ist das ding ok ok doof zu hause hallo sehr schön ok dann ab schnell nach hause schlafen schlafen ja genau und dann ist nämlich die folge schon wieder vorbei ähm da drüben müssen wir hin ok äh genau ich nehme noch das wasser mit hier ich brauche neue äh rüstungen hier ach das ist doof schade ich habe gedacht mit die erfahrungspunkte behält man aber die behält man ja doch nicht ne ne dann behält man doch nicht alle und das war auch bei dem anderen modpack ne wo man die behalten hat ich glaube ja oh ich habe ein richtig gutes eisenschwert bekommen mhm verbrennung 1 und bann 3 ok mhm oder muss ich mal was ausprobieren halt mhm du hast schon gar nicht mehr in unsere essenskiste haha das ist voll ja das gibt es da ja nicht ich muss hier mal kurz ein bisschen ich mach mal auf das schwert noch haltbarkeit 2 drauf ja kannst du machen genau weil der das ist ziemlich krass so wäre das natürlich jetzt nicht so gut hier und das so das oh ja das guck mal dieses schwert an das weg warte gleich ja ja tschu tschu so feuersteinpöckchen mit rein so das nehme ich mit raus das kann ich alles nicht äh habe ich jetzt schon eingesammelt das schwert ich glaube ja ja ok schnitzler 3000 hm ok so ok dann würde ich sagen ich habe hier oben auch noch eine kiste gemacht wo noch ziemlich krass als verbrennung 1 bann 3 und haltbarkeit 2 drauf ok ok das ist ein geheimt hm wir brauchen aber auf jeden fall wir brauchen eine neue truhe was heißt denn eine neue truhe ja machen wir jetzt die 1 ne wirklich weil wir haben keine wir haben keinen platz mehr in der waffens waffentruhe da oben drüber hängt da einer oh die ist auch noch her ok ah wir haben jetzt einen banner so noch einen muss ich auf jeden fall in der nächsten folge mal ein bisschen aufräumen hier ja genau wenn du da drin bist ich bin nicht gut um aufräumen würde ich dir überlassen ja ich kriege ihn faul ähm genau hier sind Fische hätte ich doch gehen da Avocado hätten wir auch noch so so das 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 kann ich auch nochmal schnell hier oben gucken weil irgendwie so mhm jplins von stack bison so ok das ist alles ok also ich bin auf jeden fall willst du einen Wassereimer haben hier die kannst du mitnehmen ich bin auf jeden fall ich bin auf jeden fall ja jetzt muss man gleich tatsächlich sechs bücher cool das ganze essentrenner kurz habe ich immer noch eichenholzer haben noch eichenholz sehr gut wenn der normale so kicke rüstung müsste ich mal ersetzen da war ich mir aus eisen welche aufheben haltbarkeit und schutz ja aber ich würde erstmal aufgeben oder mit der die ketten rüstung mit den verzauberungen gefunden haben genau ich habe also ich muss hier unten auf jeden fall aber ich würde sagen wir verabschieden uns erst mal von unseren zuschauern und sehen uns dann in der nächsten folge ist schon mal soweit ok better minecraft wieder bis dahin macht's gut tschüssi tschüssi tschüssi